Die Aussage ist eindeutig. Der politische Flügel der Hezbollah muss zu Terrororganisationen erklärt werden. Dies wird die Bürger Europas, besonders Deutschland, schützen und gleichzeitig Hezbollah-Kriegsmaschine im Nahen Osten beeinträchtigen. Die Führung muss anfangen zu führen, im Jahr 2018 ankommen, nicht 1970. Infolge einer solchen Erklärung werden den Strafensverfolgungsbehörden die Mittel in die Hand geben, die sie brauchen, um Hezbollah-Mitglieder strafrechtlich zu verfolgen. Zu diesen Mitteln zählen das Sperren von Banknoten, die Beschlagnahme von Vermögen, Sanktionen gegen Unternehmen, die Hezbollah zur Geldwäsche nützt, sowie Sanktionen gegen Mitglieder der Organisationen, die sich frei auf Europas Straßen bewegen können, weil sie lediglich als Teil der politischen Flügel der Hezbollah gelten. Multinationale Sonderkommissionen werden eingesetzt. Sie folgen der Spur des Geldes und drehen die Geldhähne zu. Wenn sie das nicht tun werden, können sie gleich einen Bunker bauen und sich darin verstecken, denn es wird kommen. Deutschland und die Europäische Union verfügen über die Macht, sie zu bekämpfen, ohne einen einzigen Schuss abzugeben. Eine konsequente europäische Politik gegenüber der Hezbollah wird den Zustrom von Drogen nach Europa wesentlich einschränken und Hezbollah von den Quellen abschneiden, die ermöglichen, auf Kosten europäischer Bürger, die nicht einmal wissen, dass sie im Hinterhof einen mörderischen Mieter haben, immer stärker zu werden. Wir können uns ruller!